Willkommen zur Live-Chin Jetzt schien jetzt ein bisschen, wundert euch nicht wegen diesem Licht Ich hab keine andere Position Ja, ich nehm grad, ihr seht beim Spiegel, ich nehm vom Box-Sack Yes, Sir Flexi, wir werden jetzt ein bisschen Basketball-Chin Der wär fast reingegangen Fast Komm nochmal Der ging rein Aber sowas von Wo ist der Ball hin? Wo ist der Ball hin? Wahrscheinlich nicht wie letztes Mal, ich check nicht warum Ist so nervig Wo ist der Ball hin? Er ist einfach weg Ich nehm mal den Ball, aber der ist jetzt Aua Wo ist der Ball? Einfach die Spawn Einfach die Spawn Oh, drei Leute ey, was geht, was geht? Danke 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 Warte mal Ja, Post Ja 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 Digger, wo ist dieser rote Ball? Leck Schuh Wo ist der hin? Ich hab gedankt Ich hab gedankt Da ist der Ball hin Weil die haben unverdient NBA Champion Aber trotzdem Danke Danke Das Problem bei diesem Basketball Dings ist Wenn ich hier werfen will Dann geht er Also zum Beispiel jetzt hier Ich will hier werfen Sagt er geht an die Wand Das ist so übel nervig Gar nicht Das ist so übel nervig Gar nicht Hehehe Nee Digger Habe ich die Tür kaputt gemacht? Nee Alles gut Alles super Und In Deutschland Ja Ich bin Meinst du jetzt woher ich komm Oder wie Ich check Ich versteh grad nicht ganz Was du mit dieser Frage meinst Und wundert euch nicht warum das so wackelt Und wundert euch nicht warum das so wackelt Ihr seid auf dem Bask Äh Box So ein Box So ein Box Ding Beides Woher ich komm also Ja ich komm aus Deutschland Und bin Äh Ja ich komm aus Deutschland Ja Oh Gott Der soll hier hin Er geht da hin Gibt's in der Nähe auch ein Team? Ja Gibt's Aber ich möchte nicht sagen Weil ich möchte nicht Irgendwie hier meine Grüße aus Oberösterreich Grüße zurück aus Deutschland Hehehe Österreich ist ein richtig cooles Land Wir waren schon Oft dort Ich mag's Ich mag's Und vor allem die Leute sind da Sehr sehr lieb Ja Das will ich halt nicht sagen weil Deutschland Aber mehr sage ich nicht bitte bitte nein schade schade passt eh ja ok gut ich will halt nicht mehr sagen weil wie gesagt ich möchte nicht auf einer online seite meine adresse oder wohnort liegen oder so aber eben neben bayern wo warst du schon in österreich so ab diese kleine ball das problem ist der zwar viel mehr luft als der hier ich weiß nicht der sieht in der kamera zwar grad gleich groß aus aber der ist eigentlich größer und das problem dann halt ist dass der hier schwerer reingeht als ja ok wir vergessen das direkt in meiner gegend gibt es erste liga munten und welts zweite liga salzburg oha boh krass ja also gehst du da mal schauen und so ab und an bruder geil ey ey das in meiner gegend gibt es leider nicht so viele klar zwar eine aber sonst gar nichts und es sind nur die dings jugend erste liga deutschland ist aber stärker ja bei München ha 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 nein ich hab noch nie irgendwie österreich im basketball angeschaut deswegen ich weiß halt nur eben bei äh deutschland albert berlin bayern münchen das weiß ich halt aber schau aber fußball und eishockey mein fußball schaue ich auch was für fußball schaust du albert berlin mag ich jo ich wollte eigentlich dass die dieses mal champion werden aber leider weil mich muss weg die wege weiter meine beine spaghetti dritte liga meine münchener löwen 1860 halt und sonst nix 1860 und so achso ja ja schaust du dings äh bundesliga wieder wie ist denn wie ist denn dein tischspiel für die m gelaufen äh ja ganz gut ich hab sogar spanien getippt ich hab sogar spanien getippt ich bin der krasseste naja ja ja was schaust du in der bundesliga so also welche vereine bis Conversations komm man zum mal characterized прекрас im diagramm Elly es das deutlich in ilar Nice, nice! Digga, jetzt ist es da gut, dass ich es brauche. Das ist gut. Leider zu weit weg. War in Augsburg, Dortmund, Hertha, Berlin und Union. Ey, Augsburg bin ich auch. Hast du die Videos von mir gesehen? Da war ich auch in Augsburg. Nein! Komm, komm, komm. Ey, versuche ich jetzt von hier loszulaufen. Also halt, nein. Erster Sprung, zweiter Sprung und dann zu danken. Puh, let's go! Mann! Warte, warte, ich hatte so wenig Anlauf. Fugerstadt schon, ist schön. Ja! Definitiv! Ich liebe es doch! Ja! Easy, easy! Ich probier's, ich probier's, ich probier's. Ich mach mal Michael John. Komm, also... Die sind... Nein! Fast, aber dann ist er rausgesprungen. Ich will einmal so ein 360, danke. Aber ich krieg das nicht hin. Bam! Und dann zack. Schraube. Und rein das Ding. Nein! Besser! Zählt besser! Ja! Danke! Jetzt von hier. Nächste Stufe. Von hier. Let's go! Meine Hand juckt. Zimmer mit höherer Decke. Das ist, äh, mein Keller. Das ist nicht mein Zimmer. Aber... Naja, wirklich hoch ist sie nicht. Also... Ich komm jetzt da. Mit der ganzen Hand noch hoch. Das... Das... Ist halt auch das Problem in diesem Basketballkorb. Weil wenn ich hier... Irgendwas versuche zu werfen. Oh! Nach hinten ziehen und dann lang. Komm rein und dann geht er. Also 1,50 Meter hoch. Was? Aber... Die Wand! Äh... Die... Wie heißt? Die Decke. Die ist glaube ich... Also wenn nicht... 1,65... 2 Meter. 2 Meter ist die glaube ich. Hehehehe. Ist das dein... Ist das was? Ist das deine... Kellerwohnung? Nee, das ist, äh, Ding. Aber... Da hast du wenig Platz. Bist auch beim Zivildienst oder bei der Rettung erste Hälfte? I'm nothing. Ah, okay. Yes, sir! Hade, eh, die ist deckkir! Ah, okay. wie alt bist du ich bin jetzt 15 teenager aber ich probiere auf diesem kanal so lange wie möglich videos zu machen vielleicht vielleicht irgendwann 1000 ok cool ist alter ja naja die es war schon eine schöne zeit mit acht oder 78 das war schon eine schöne zeit aber diese alter ist auch ganz okay 1994 war ich auch so alt 1994 da war ich noch nicht aber ich habe es noch nicht war aber auch gute zeit kann ich mir vorstellen war besser als diese generation definitiv 94 bis 2012 was war da eine coole zeit oder wie alles gut auf coole party was habe ich noch nicht miterlebt war dieser wenn ich er raus ich muss springen um diesen kopf wünscht ihr was alles gute danke dir auch alles gute jetzt schon mit den richtigen leuten ja irgendwann muss sein ach das ist der gräbel einmal das mit dem zack und dann hoch ich krieg das nicht hin der ging in meine fresse oder ich probiere zum anderen zu spielen auf dem brett und der macht dann bei 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 Nein, 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 nein... Dieser Ball... Oh, Corona-Maske, was? danke für die likes danke 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 und ganz wichtig lasst ein abo auf mein kanal da lassen aber auf mein kanal da das würde mich sehr sehr freuen weil wie gesagt ich ich werde irgendwann die 1000 erreichen aber das erste ziel sind 500 oh 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 okay 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 3 4 4 Romal sehen wir auch den gold beim basketball ja den sehen wir also ich mache wie gesagt jetzt ein fußball video ein basketball also sozusagen nächstes mal mit einem fußball video dann basketball video fußball-basketball-basketball-basketball und irgendwann vielleicht zwei mal basketball zwei mal fußball sollte ich dann noch entscheiden aber jetzt ist es halt so basketball fußball-basketball-fußball zurückspringen und dann das ist ein komisches wink mal in die kem wieso tag und lenien schon auch zu hallo das wird jetzt ausgepowert jetzt oder wie komisch warum ist hier so ein was ist das wie geht es euch wie kommt man da weg die war die war warum geht das nicht warum bleibt er nicht einfach so stehen in der auto box ding da da ja war mir doch noch keine Und dann, wo du? Nein, nein, Fanny! Was's up? Warum geht dieser Er will nicht gerade Aber so sieht man das Aber er geht immer weiter Außer Atem Jetzt müsste es glaube ich gehen Irgendwie ich bin gerade aus Versehen auf Eis gekommen Deswegen ist der Livestream beendet Aber jetzt habe ich ihn wieder neu gestartet Hoffentlich wie vorhin 4 Personen Highlights, vielleicht schaffen wir diesmal 5 Auf geht's Ja 3 Personen Ich bin zurück Was geht Tarek Alles chillig Deutlich ich sehe gerade 3 Leute sind drin Abonniert den Kanal Ich will 5 Leute diesmal in den Stream Das wäre so geil Komm jetzt Ich bin ehrlich Muss immer prüfen Okay Oh mein Gott Alter ich dachte kurz da geht nicht rein Habe schon abonniert Deine Dankeschön lace Ja, 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 endlich! Oh, Gott sei Dank, endlich! Oh, ich will irgendwie ein Special machen. Was ist das? Das lassen wir mal lieber. Mal 360 dann. Ich probiere es, aber ich habe es bisher noch nie geschafft, weil... Ich kriege es nicht hin. Volle Drehung. Nein! Oh Gott! Ich muss da vorhin mal stoppen, aber... Nein, das geht nicht. Ich check es nicht. Ich glaube, ich brauche dafür mehr Platz. Mach doch erst aus dem Stand. Aus dem Stand? So was! Aber das ist kein 360 dann. Oder? Oder wenn man so oder... Nein, man muss so. Zack! Das war 180, ja. Aber ich kriege es nicht hin. Zack! Nein, das war wieder 180. Ja, schau mal, die Drehung bekomme ich hin. Das bekomme ich schon mal hin. Drehung. Ja. Und jetzt noch der Dank dazu. Nein! Okay, ich probiere es. Zack! Nein! Das war wieder 180. Ich kriege die Drehung alleine hin. Aber ich kriege den Ball nicht hin. Warte, du musst zweimal runden oder einmal? So, oder? So, okay. Und jetzt? Oh, fast geschafft! Oh, ich habe es geschafft! Oh, ich habe es geschafft! Puh! Zack! Oh, mein Kopf! Schau mal den Gesicht zum Korb! Mhm! Und dann? Zack! Nein, nicht so oft! Zack! Warte! Und dann war es wieder 180. Nein! Oh! Oh! Jetzt habe ich... Oh! Ich habe wieder... Und so? Manso. Perfekte Trieb. Warum ist meine Brille nass? Jetzt. Passt doch. Ach, war das 360? Alter, das war gerade so ein Minus. Vier Zuschauer. Nein, zwei. Da stehen noch zwei. Wieder gelöscht. Nein. Bei mir steht vier. Hä? Viel Zuschauer? Bei mir steht... Hä? Okay, das gibt jetzt wieder keinen Sinn. Von hinten. Von hinten. Mal der Such. Jetzt nicht mehr. Ja, jetzt stehen bei mir drei. Willkommen in mein Live. Drei Zuschauer. Ah, gelöscht. Puh. Okay. Du kriegst... Man kann nicht anders hier werfen als so. In dieser Kack. Mann. Es geht nicht. Mann. Mann. Du kriegst. Mann. Mann. Ele pentru. frame dari, Stocks. Power-Dunk, ja Ich probier noch mal Power-Dunk Noch mal Power-Dunk Hab ich's kaputt gemacht? Scheiße Ah ne, die schaut, ach so Für so einen Basketballkorb hab ich 40 Euro gezahlt Für sowas Das kannst du auch für 20 Euro verkaufen Du Zerstörer Zum Glück ist nix kaputt gegangen Sonst wär das echt nütz Sonst kommt Mutter Aber vielleicht sollte ich auch nicht auf dem Classing spielen Aber bisher ist nicht passiert Wie ging der Karte rein? Wie ging der Karte rein? Ha Fick dann und dann Nein, auch der war viel zu stark Man muss beruhig da Man muss beruhig da Stabil, ey was geht? Ey, geil, du bist auch drin, super Ja Dankeschön Ich muss nicht mal springen und ich komm da hoch Ich muss irgendwie höhere, aber es gibt nichts höheres LeBron James LeBron James LeBron, da muss ich noch ein bisschen üben, bis ich zu LeBron komm Sogar wieder gefangen den Ball Leut Top 5 Verstandes werden in meinen YouTube Highlights kommen Wenn du Cam aus Wenn du von Cam aus triffst Paypal ich dir Von der Cam aus, von hier 5 Euro 5 Euro Habe ich mehrere Versuche oder noch einen? 5 Euro, komm 5 Euro Das muss gehen 5 Euro Nein 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 Easy Ein Versuch Dagegen Das Problem ist halt hier, ich kann nicht richtig werfen wegen der Wand hier und dann breit der immer ab und deswegen muss man immer straight und dann muss er mit Hoffnung hier ran und dann da rein und jetzt ist er grad an Rim gegangen Knappe Kiste Ja leider Mann 5 Euro bin stabil Aber ich danke dir für dieses Angebot Aber wie hättest du das gemacht? Irgendwann werde ich Livestream machen von draußen also wo wir dann beim richtigen Basketballkorb spielen Das wird cool Juhu Juhu Ey Ich muss noch einmal schaffen Von Nein Das ist viel zu viel Ich brauch da mehr Anlauf Weil Das ist das geil Das ist wenigstens ein Vorteil, wenn das so weit unten ist, dass man halt wenn man springt, muss man nicht hoch, sondern man kann weit springen sozusagen Was steht einfach in der Luft? Oh, meine Haare sind auch wieder Kaputto Du kannst es auch Cash gewinnen Schau mal meine Serie weiter, mein bester Mach weiter und ich freue mich aufs nächste Video Welche Serie? Auf deinem YouTube Account? Aber danke Ja, das nächste Video Hoffentlich zwei Tage oder einen Tag, sogar morgen vielleicht Ich küsse dein Herz Ich küsse von euch ein euer Herz Ihr seid alle so die Besten Die im Stream sind Die mal kurz reingekommen sind Die, die abonniert haben Ich liebe euch alle Ich bin am PC und habe YouTube und Netflix Parade Auf Achso, okay Dann viel Spaß bei deiner Serie weiterschauen Was schaust du denn? So Habt ihr schon den neuen Deadpool Dings gesehen? Dann haben wir am Schauerhaus das Geldes Boah, starke Serie Starke Serie Brutales Meisterwerk genauso Deine Oh, ich küsse dein Herz, Digga Du bist der beste Junge Danke Danke Das passiert, wenn du an einen kleinen Basketballkorb dankst Das Das Oder so Ich schaue es mal kurz rein Das 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 Weil man dankt Krank Oh Gott, alles voller Vost hier Oh Oh Nein, ich bin nicht sonst Es ist ein rum Nicht voller Vost Das 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 Doch du Zerstörer Ja Aber das war nicht ich Sondern das war Erik Also Nein Eigentlich wir zwei Weil wir beide haben fast immer gedankt Ich will wieder diesen Basketballkorb auf Ich muss jetzt bei In 4 Damen Da ist halt Basketballkorb Nur bei Dingen Es gibt nur einen Und da sind meistens immer Leute drauf Und das Nervt mich so sehr Weil Dann kann ich nie üben oder nie trainieren Nie spielen Zum Glück war jetzt heute mal Einmal der Basketballkorb offen Aber sonst Habe ich nie wirklich Glück Es gibt ja so einen komischen auf TikTok Der kann nur durch Bäder Einfach die Adresse von diesen Leuten rausholen Das finde ich so krank Nein, nein Ey, warum gehst du raus wieder? Du gehst Wie Wie Hint Der 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 Basketballkorb war ja auch mal Hier haben so einen Schrank der ist vielleicht so groß Da konnte man immer zack Also Lay Up Also man macht dank Fake Lay Up Fake Dunk Fake und dann konnte man easy rein. Aber jetzt bei so einem Huhn-Ding es geht nicht mehr. Man kann zwar so Dinger machen, aber nicht mehr zack, 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 zack. So scary, man sieht einfach hinter der Kamera mich. Ah, mein Nacken. Ich spiele auch nicht gegen, was in meinem Kopf. Schau dir mal Videos von John Kilganon an. Wer ist das? Kenne ich gar nicht. Also ich kenne Michael aber nicht. John Kilganon, oder wie ist er? Kilganon. Ich schau mir mal an. Mal schauen, was es ist. Profi-Dunker. War der in der NBA oder war das so diese Dunker, die einfach Hobby-Dunking gemacht haben aus Amerika? Nein, nur Dank. Ah, ich schau mir mal an. Vielleicht kann ich ja von denen aus trainieren. Bop, 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 Klaus. Man kann bei diesem Ball. So bestimmt, aber komm nicht auf die Idee, blaue Haare zu machen. Ich werde mich nie, 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 niemals meine Haare färmen. Auf keinen Fall. Vor allem blaue Haare. Also so auffällige Haare überhaupt nicht. Also so auffällige Haare. Ab bop. Oh mein Gott. Na, 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 na. Wie würde der Goat auf blaue Haare reagieren? Meinst du Papa oder wie? Ups. Ich glaube, der würde das nicht so toll finden. Das wird ihn sehr ärgern, glaube ich. Mann, hatten wir schon mal fünf Zuschauer? Ich weiß nicht, wir hatten jetzt nur vier Zuschauer, oder? Er geht wieder raus. Er geht wieder raus. Ja, weil er selber käme. Ich sag dazu nichts. Ich sag einfach nichts dazu. Das ist Jake, ein kleines Bruder. Puh, jetzt. Nein, ich war mit dem Ball an. Nein, der wäre so geil gewesen. Nochmal. Warum geht der denn da raus? Puh. Nochmal. Der geht rein. Endlich. Oh Gott. Das ist mir. Ich pack's jetzt. Okay. Tschüss. Viel Spaß noch beim Deinen Danken. Danke, viel Spaß, was auch immer du machst. Tschüss. Oh, jetzt. Okay. 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 Der wäre so clean, wenn er nicht in die Gelenke reingegangen. Der wird's. Ich sag's. Wie nennt man das nochmal? Auf, Ansage. Der wird's jetzt. Wo geht der hin? Nochmal. Puh. Okay, ich glaube, ich soll's lassen. Wer ist denn jetzt alles noch drin? Oh. 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 Er ist nicht. Versuch nochmal 360 Dank. Okay. Probier. Jetzt. Ich brauch's schon. das war gut aber ich will einmal nein wie mache ich das denn am besten springen mit einem fuß das war mit zwei ok es läuft es einfach nicht hin ich glaube ich brauche noch ein bisschen mehr springkraft ok ich sollte vielleicht nicht übertreiben ja moin über ein bisschen mehr von einfach nur den sprung weißt du das hier oh 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 scheiße ok leute ich glaube wir sollten ihn live stream bänden alles gut ist nicht schlimm ist ich muss nur schnell ein pflaster oder so holen auf jeden fall bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt basketball und fußball got in the game wau 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 ciao wau wau